So mein Motto ist es immer der Schlechteste zu sein. Ja, das ist okay. Da mich drüber los, dass du heute reißen, ne? Ja, das ist alles okay. Ja, das Ding ist, es ist ein 10 Minuten Event, glaub ich. 10 Minuten ist der Timer. Und in der Zeit respawnt man die ganze Zeit. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Man hat 10 Minuten Zeit Kills zu sammeln. Und ja. Der hat ja am meisten Kills. Rein rushen. Der hat gewonnen. Wenn wir einfach rein rushen, dann haben wir aber ein Problem, dass wir natürlich auch... Oh, meine Aufnahme steht geblieben. Ach, Mann. Ja, warte, meine Facecam aber nicht. Es geht los. Okay, äh, Rüstung anziehen. Wir sollten eigentlich jetzt schon in die Mitte laufen. Ja, ja, lass schon mal in die Mitte. Dich kann ich nicht fragen. Wenn du mich jetzt direkt runtergaunen hättest, wir können uns eigentlich gegenseitig boxen. Okay, lass mal. Wir müssen halt, just for fun, einfach draufhauen und möglichst Kills machen. Ja. Ja, hier in die Mitte sind schon die ganzen. Nee für dich nicht. Da, auf Fox, zack. Ich bin schon da. Hi. Okay, ab 1 unten. Du hast 1 unten schon? Ja. Alter. Ich hab keinen gekillt. Das ist der Pumi. Pumi Ratsi. Okay, ich hab mussten mich retten gerade mit der Enderfell. Oh, ich hab's nicht geschafft. Warte. Schade. Warte. Ah, nee, ich bin tot. Ich bin einmal tot. Ich hab 2 Kills. Ich hab 2 Kills, by the way. Warte, 8? Hä? Das ist verbuggt. Das ist verbuggt, glaub ich. Das ist verbuggt, glaub ich. Also wir haben nicht 8. Schade. Nee, Leute. Hä, ich hab noch einen. Hab ich denn gekillt? Ich bin kaum die ganzen Kills. Ich hoffe einfach mega, dass ich auch gekillte. Komm, ich hab noch jemanden runtergeschlagen. Nice. Zack. Flieg weg, Alter. Flieg weg. Thomas, Alter. Zack. Und Thomas, flieg. Ich will dich, wirklich. Ja, hau ihn runter, hau ihn runter, Mann. Mach des. Hau ihn weg. Okay, Ferro. Zack. Ciao, Ferro. Ciao. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Philipp, flieg. Sieg und flieg. Nein, mein Pokémon. Einfach wieder rein. Das ist tatsächlich spaßig hier. Es macht Spaß. Ja, ich hätte immer gern aufgeführt, weil ich möchte nicht so ganz krass uns runterziehen, wie gesagt. Ja, ja, alles gut. Die Tote werden uns ja nicht negativ gerechnet. Von dem her, alles gut. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab, Leute? Oh, ich werde fast so nicht gefallen. Oh, da ist Pumi. Pumi. Ich habe einen getötet. Oh, ein Creeper. Alter. Ich mache jetzt richtig viel Creeper-Action. Ich habe jetzt hier überall Creeper reingesetzt. Oh mein Gott. Oh, Pumi hat hier. Oh, du bist ja auch hier. Moin. Ja, ja, ja. Ich bin hinter dir. Ich bin genau an deinem Arsch. Und Foxy raus. Oh Gott, Alter. Das macht mich gerade kaputt hier. Komm schon. Zack. Und zack. Und tschau. Und tschau. Oh Gott, Alter. Wie chaotisch. Du hast einen Kill. Ja, nice. Sehr schön. Oh. Sehr gut, Mann. Vielleicht kann es sein. Kosta. Ciao. Ciao, Ferro. Alter, wie gehst du wieder ab? Geh weg. Geh weg. Nein. Die Enderpellen fliegen echt nicht hoch. Das ist mega schade. Ich bin schon wieder tot. Paulipan. Das gibt ne Rache, Alter. Fürs letzte Mal. Der hat er mich gekillt. Oh, dann hauen wir ihn noch weg. Oh, ich hab ihn getötet. Ne, ich hab Ferro nochmal getötet. Wie viele Tippen haben wir denn jetzt wirklich? Wie viel hast du? Äh, ich hab sieben gerade. Sehr gut. Dann haben wir neun. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Oh, ich hab dich gerade gehittet. Weil ich dachte, ich kann dich schlagen. Ja, ich wollte dich aber töten. Ach so. Ja, das ist nicht gut. Ciao, Ferro. Ciao, Fox. Und Ferro nochmal. Komm. Und nochmal Line Kill. Okay, gegen Jessie bin ich hier. Ziemlich gerade in Action. Oh mein Gott, Jessie, bitte. Tu's mir nicht an. Hier ist Thomas. Hier ist Thomas. Alter, ich bin schon krasses Durcheinander, ne? Alter, ja. So, Ferro. Nochmal. Ich hab nochmal Ferro. Haha. Ich hab mich gerettet. Oh Gott. Oh, ich stehe jetzt auf so ner Insel hier. Was mach ich hier? Das ist doch Bitter für Ferro. Ich kill ihn die ganze Zeit. Ich lass mal in meinen Goldapfel. Ich nutz ihn einfach mal. Äh, ich muss jetzt irgendwie da hochkommen. Ich bin jetzt auf so ner kleinen Insel hier runtergekommen. Okay, dann alles gut. Versuch's mal. Ja, wird lustig. Buri! Du! Komm her! Nein! Oh, er hat mich in die Lava gehauen. Das Warme wirft durchs Wasser. Ja gut. Schnell ins Wasser rein. Wie weiß ich leider nicht. Dann versuch ich mal. Darüber zu werfen. Ja. Komm, geh runter. Ja. Jessie runtergehauen. Okay, Jessie. Hast du auch nochmal Jessie? Nee, warte. Oh Gott, ich bin hier gerade bei den Zweien. Ich bin bei deren Spawn. Hey, einfach Orange hat den Teel gekriegt, weil ich durch die Schwung bin. Oh ja, nice. Oh, rip. Okay, das ist schade. Oh nein, das war so dumm. Aber ich bin hier im Block hier. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich komm hier wieder hoch. Bleib safe. Oh, nein. Oh, lol, ich bin schon wieder im Block. Alles gut. Ich leb noch. Aber ich verschwende gerade so viele Enderpellen. Ich boxe mich jetzt hier im Loch. Schafft man das da hoch, Leute? Ja, okay. Übergesetzt. Perfekt. Ich bin wieder oben. Alles easy, Leute. Alles easy. Ich hab noch 10 Enderpellen, aber nur. Wie viele hast du noch? Ich hab noch 26. Alter, okay. Kannst du mir vielleicht gleich... Ich weiß nicht. Kannst du... Kann man gleich mal schauen? Ja, wir können gleich mal schauen. Oh, ich hab schon wieder daneben geworfen. Schade, ich bin schon wieder tot. Scheiße, Mann. Pumi, jetzt. Dich hol ich. Ich hab die Enderpellen schon wieder verkacken. Dich, euch hol ich. Pauli Pan und Pumi. Scheiße. Ich will nicht nur 2 Kills haben. Oh mein Gott, Pauli. Was war das für ein Enderpellen? Du kommst da eh hin. Ja, warte, warte, warte. Du kommst da eh innerhalb von 5 Minuten hier hin, oder? Ja, bin da. Vor der Tür liegen welche. Oh mein Gott, richtig gut. Sehr schön. Dankeschön. Gerne, gerne. Dann können wir wenigstens noch von Kills fahren. Guck mal, dann zählen die Kills aber von dir. Ich hab noch mal einen Kill. Sehr geil. Oh, ich will direkt jetzt runter. Oh, lol. Ich bin schon wieder unten. Aber ich hab's geschafft. Ich hab keine Krieger mehr, leider. Die Krieger fand ich immer sehr nice. Ich hab's wieder geschafft, mich zu retten, einfach. Oh, mein Gott. Aber ich hab einen Kill. Komm, Pumi runter, Pumi runter. Oh, nice. Gib ihm. Oh, nice Enderpelle. Und, zack. Ich hab's, glaub ich, wieder. Bin wieder oben. Nice, oh mein Gott. Pumi hat sich gerettet, leider. Schade. Schade, schade. Pumi hätte sich ja einen Tod gegönnt, würde ich sagen. Ja, ja. Ich auch. Wie viele Kills hast du? Ich hab jetzt fünf. Oh, okay. 18 Kills haben wir jetzt. Okay. Ich hab, glaub, einen down. Hab ich gesaved? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss essen, ich muss essen. Oh Gott. Ich hab nur noch ein Herz, ein Herz. Flieg weg. Ah, egal. Alles gut. Zack, Enderpelle. Sehr schön, Enderpelle. Ich hab jetzt mit der Enderpelle in die Mitte, glaube ich. Okay, ich hab hier gerade zwei richtig gut weggehauen. Zack, jetzt hau ich hier den Rücken rein. Und jetzt fliegt er, Leute. Ich hab Costa runter. Mal gucken, ob ich sterb. Ich hab Jessie und Ferro down. Sehr gut. Ich hoffe, dass er auch sterben. Ja, einmal. Oh, und beide bekommen. Oh mein Gott. Ich bin selber runterbekommen. Ja, komm, okay. Okay, ich gönn mir jetzt meinen Speedtrank. Mach das. Wird noch gar keinen Trank mehr gegönnen. Oder doch Sprungrat hat mir eben gegönnt. Oh, ich bin gerade runtergefahren. Doch, ich so noch. Komm schon, rüber zur Lava da mit euch wenigstens, Leute. Rüber zur Lava, ihr Dreckskinder. Ihr Dreckskinder einfach. Ja, ganz ehrlich. Ich steck mich hier voll. Komm schon, nein. Oh, meine Ender Palance ist so gut. Oh Gott. Ich schaff es einfach nicht, mich zu retten. Ich hab's erst einmal geschafft. Komm an. Oh mein Gott, ich kämpfe hier gegen mich. Tausend Leute gerade. Oh, ich hab mich gerade erst selbst runtergelaufen. Ich will noch jemanden killen. Komm, bitte überlebst. Ich muss dir überlegen. Ich überlebst noch. Ja. Oh, ich hab's noch überlebt. Oh, GG, Leute. GG. Okay, GG. Ich hatte 15 Kills. Oh Gott. Ich hab acht. Okay, das ist nicht schlecht. 23, hä? Wirklich? Alter, 24. Ich hab nur einen mehr und ich war zu viert. Alter. Wir sind übel geil. Alter, wir waren echt gut. Scheiße, ein Gewinn. Hey, wir waren voll gut. Ich steck über dir. Okay, Leute. So. Das war's mit dem PvP-Event von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut auf jeden Fall auch beim Carawass vorbei und bei den ganzen anderen Dudes, die hier so mit dabei waren. Und beim Space. Ja. Ja. Gott, ihr mehr Kills. Ja. Und lass auch gerne eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und? Oder willst du noch was sagen? Ich will sagen tschö und ich fand das PvP-Man sehr geil. Ja, war super. Hat Spaß gemacht. Also ich stein auf das nächste T-Pguevent. Es wird auch nicht drin. Aber mach man es auch das normalen tipo creation. Aldrin. Untertitelung aufs pop-titelung. Wir sehen uns in der nächstenunde. 常, man macht's gut. Tschö. Tschöoohhh. Tschööööööö. Untertitelung des ZDF, 2020